Irgendwas ist da gerade in der Drogerie los und ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht, aber ich lieb's. Es gibt viele, viele Neuheiten, die ihr unbedingt kennen solltet. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, ich glaube, es ist schon das zweite oder das dritte Drogerieneuheitenvideo diesen Monat, aber was soll ich tun? Wenn die Drogerie mit so vielen Neuheiten rauskommt, bin ich natürlich immer der Erste, der sie holt, um sie für euch zu testen. Und ich habe einige Produkte hier und schon den größten Flop des Monats ever, ever, ever. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klatzekleines bisschen aufmuntern kann. Bevor wir loslegen, habe ich noch eine kleine Bitte. Vielleicht habt ihr es schon getan, vielleicht auch noch nicht. Völlig egal, ihr könnt es immer noch und meistens auch mehrfach. Ihr könnt für uns für den bunten Beauty Award abstimmen. Das wäre mir eine große, große Ehre, den Preis für uns als Community mit nach Hause zu holen. Und es geht ganz schnell. Ihr müsst einfach nur auf den Link klicken, ihr müsst euch nirgendwo anmelden. Einfach nur für uns in der Community abstimmen, auf Abschicken klicken und fertig. Und dann haben wir vielleicht ganz, ganz gute Chancen, den Preis mit nach Hause zu holen. Bitte, bitte tut uns den Gefallen. Geht ganz schnell und ich würde mich freuen. So, ich wohne bei Rossmann und einige Produkte habe ich auch schon hier im Gesicht. Ich blende euch das natürlich auch immer ein. Einige habe ich die Tage schon getestet. Und dieser eine Flop, der hat mir wirklich... Schaut es euch an. Schaut es euch an. Was soll ich dazu sagen? Fies. Rossmann haut raus. Ich habe ein paar Aufnahmen auch gemacht, die ich euch hier natürlich noch mit einblenden kann. Es gibt viel Skincare diesen Monat. Sehr, sehr viel Skincare. Unter anderem fand ich es ganz spannend, dass Altera eine komplette neue Reihe rausgebracht hat, die ähnlich aufgebaut ist wie die Wirkstoffreihe von Isana. Altera ist ja auch die Rossmann-Eigenmarke, nur auf einer anderen Basis. Da haben wir hier Naturkosmetik. Wir haben ein Balance-Serum. Wir haben die Pro-Pro-Barriere-Creme. Dreifach-Ceramide-Komplex. Finde ich ziemlich spannend. Und ein Peptid-Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Lichtschutzfaktor 15 hätte man... Ich bin so der Meinung, wenn es nicht 30 ist, dann lass es weg. Weil 15 ist schon wirklich wenig. Und die Chance, dass ein Lichtschutzfaktor dann doof ist, finde ich auch nicht so gut. Deswegen hätte man das vielleicht rauslassen können. 0,1% Lupin-Peptid. Habe ich so tatsächlich noch nie gehört. Sieht aber sehr spannend aus. Hat mir auch ganz gut gefallen, optisch. Eine Sache habe ich aber von Altera mitgebracht. Und das ist ja nun mal wirklich schon fast frech. Wurste ich sagen, ich freue mich natürlich drüber. Erinnert ihr euch an letztes Jahr, wo ich diese Creme von Beleda hier für mich entdeckt habe? Die Skin Food Creme. Das war ein Produkt, das ist letztes Jahr sehr viral gegangen, weil Hailey Bieber, die Frau von Justin Bieber, diese Creme für ihr Glowy Make-up benutzt hat. Eine sehr, sehr reichhaltige Creme. Das ist gefühlt eigentlich nur Öl aufgecremt. Hinterlässt ein sehr, sehr klebriges, schon fast speckiges Finish. Sieht unter Make-up aber sehr, sehr toll aus. Mag ich gerne. Ist recht teuer. Ist sehr, sehr intensiv parfümiert, muss ich sagen. Also Naturkosmetik ist oft so, dass sie einfach so diesen bestimmten Naturkosmetik-Duft hat. So und jetzt kam Altera raus. Und nicht nur mit einer günstigen Alternative, sondern würdest du es mir blind geben und mir sagen, wie beide Produkte heißen, würde ich es nicht merken. Altera hat nämlich die Skin Food Creme rausgebracht, die komischerweise genauso heißt wie die von Beleda. Beleda, ich würde sagen, da hat jemand seine Patente nicht unter Kontrolle gehabt. Ich freue mich da aber drüber, denn Altera hat eine rausgebracht und die gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Die habe ich schon getestet auf der linken Gesichtsseite vor ein paar Tagen. Intensiv Creme regenerierend und pflegend. Bio Kamille, sehr trocken strapazierte Haut. Die ist von der Textur her etwas leichter, muss ich sagen. Gefällt mir ein bisschen besser. Ist auch sehr ölig. Riecht auch. Aber die riecht nach Kamille und nicht nach diesem, weiß ich nicht. Die von Altera riecht so ein bisschen chemisch natürlich. Die von Altera riecht deutlich, deutlich milder. Eigentlich auch nur nach Kamille. Skin Food Bio Kamille für sehr trockene und strapazierte Haut. Was ich sehr gut finde ist, dass Altera hier hinten eine Inhaltsstoffliste aufgeschrieben hat. Und so ein bisschen erklärt hat, was das ist und was das bedeutet. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was Prunus Amygdalus Dulzus Oil bedeuten würde. Und auf der anderen Seite steht dann der Ursprung her und das ist Mandel. Ist hier mit drin. Soll eine Skin Food Intensivcreme aus gewählten, wertvollen Bio-Inhaltsstoffen, so wie Shear, Butter, Kamillenextrakt und Olivenöl sein, unterstützt die Regeneration sehr trockener oder rauer Haut. Besonders reichhaltige, dennoch gut einziehende Creme. Pflegt die beansprucht und trockenen Hautpartien wie Gesicht, Ellbogen, Hände und Füße intensiv. Ich liebe diese Creme auch vor allen Dingen die hier, weil ich die halt bisher immer benutzt habe. Gerade an so sehr trockenen Stellen an den Füßen. Wenn man hier manchmal so einen trockenen Patch im Gesicht hat, einfach rauf und am nächsten Tag ist das Ding weg. Die von Altera zieht auch deutlich besser ein, muss ich sagen. Stimmt wirklich. Die von Velleda liegt eher so ein bisschen auf der Haut. Deswegen gefällt mir die echt gut. Ihr habt hier 75ml, hier auch 75ml mit drin. Ich glaube, das ist dann so eine persönliche Präferenz. Ich tendiere gerade vom ersten Eindruck her zu der von Altera. Die habe ich jetzt aber, die werde ich natürlich auch im Laufe des Jahres aufbrauchen. So, und jetzt passt auf, wir müssen jetzt einmal darüber reden, weil das hat mir wirklich das Gesicht zerschossen. Jetzt habe ich es natürlich gut abgedeckt, aber ihr habt es eben gesehen. Velleda hat auch einige Neuheiten mit rausgebracht. Unter anderem habe ich mich für die Cold Cream entschieden. Es gab auch beispielsweise noch das 48 Stunden Hydration Creme Gel Produkt. Ein Patent auf Feuchtigkeit und Bio-Hydro-Extrakt. 13% Bio-Aloe und Phytoglycerin. Das habe ich leider nicht mitgenommen. Ich habe mich hierfür entschieden. Die Cold Cream, Gesichtscreme, Dreifacheffekt, Regeneration, reichhaltige Pflege und Schutz. Trockene bis sehr trockene Haut. Und dann stand hier drauf, Bienenwachs. So, und dann habe ich natürlich nicht weiter gelesen. Ich habe mir das Ganze angeschaut. Kommt in so einer recht kleinen, muss ich sagen, 30ml sind drin. Tube Cold Cream, regenerierte trockene Haut mit Bienenwachs und Pflanzenölen. Bildet sie eine schützende Barriere gegen Umwelteinflüsse. Also ein sehr winterliches Produkt, dachte ich mir. Hätte ich mir vielleicht gut vorstellen können für die Lippen. Kann ich mir davor auch gut vorstellen. Aber eine Sache habe ich nicht gesehen. Und die wird es, glaube ich, gewesen sein. Wir haben hier Wasser drin. Wir haben hier Mandelöl mit drin. Und der nächste Inhaltsstoff ist Erdnussöl. Und Erdnussöl ist... Ich habe mich gerade noch mal ein bisschen belesen. Ist ein bisschen spannend. Und ich glaube, das ist ein sehr persönliches Ding. Ich bin nicht allergisch auf Erdnüsse. Aber ich merke, dass wenn ich zu viele Erdnüsse esse, ich Probleme mit meiner Haut bekomme. Ist ganz lustig. Ich liebe Erdnüsse. Peanut Butter Cup. Peanut, ich möchte überall Erdnuss drauf haben. Ich liebe Erdnuss. Aber ich muss halt aufpassen, dass es nicht zu viel ist, weil ich dann Probleme mit meiner Haut bekomme. Ich glaube, das liegt einfach an den Fetten da drin. So. Und hier ist an dritter Stelle, oder an vierter Stelle, Erdnussöl mit drin. Und das war nicht auf den ersten Eindruck für mich ersichtlich. Und ich habe mir das auf diese Gesichtshälfte aufgegeben. Und ihr habt es gesehen. Absolute Katastrophe auf dem gesamten Gesicht bei meiner Haut gewesen. Ich habe sofort überall auf der Stirnpickelchen bekommen. Was einfach nicht funktioniert dann für mich. Auf den Lippen kann ich mir vorstellen, dass sie gut funktioniert. Auch auf den Fingern oder auf so sehr, sehr trockenen Stellen kann ich es mir gut vorstellen. Es ist auch hier eine sehr, sehr dicke Creme. Riecht sehr gut, wie ich finde. Riecht ein bisschen nach Honig. Riecht sehr dick, sehr reichhaltig. Ich glaube, das ist ein Winterding für die Füße. Fand ich ganz schön teuer. 10 Euro. Gut, es ist wie Leder. Aber es sind halt nur 30 Milliliter. Muss man wissen. Ich glaube, ich werde mir das andere Produkt nochmal holen. Eher diesen Feuchtigkeitsschutz. Hat im Gesicht für mich leider nicht funktioniert. Deswegen, da wäre ich vorsichtig. Mixer hat ein neues Produkt rausgebracht. Das habe ich auch schon probiert. Einmal bisher fand ich auf den ersten Eindruck ganz gut. Die Anti-Unreinheiten-Komfort-Gleanser mit Salicylsäure und Squalane. Auch Mixer hat einige Neuheiten rausgebracht. Verschiedene Reinigungsprodukte und auch Wirkstoffe. So kleine Glasflaschen, die habe ich tatsache selber noch nicht getestet. Muss ich dann nochmal schauen, was ich mir da raushole. Die soll mit Salicylsäure und Squalane sein. Reduziert überschüssigen Teig, erhält aber die Feuchtigkeit der Haut. Reinigt sanft. Hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte jetzt nicht so unbedingt das Gefühl, dass meine Haut danach sehr, sehr angespannt war. Muss ich aber natürlich noch ein bisschen weiter testen. So, und Isana. Isana, Isana, Isana. Was ist los? Was ist los bei euch? Ihr haut ja wirklich gerade raus. Dieses Ding hier. Phänomenal. Isana Glow Antiox Toner Spray. Habe ich noch nichts von gehört. Habe ich zufälligerweise gesehen. Nicht, dass ich liege, aber das wirkt antioxidativ und spendet Feuchtigkeit für 24 Stunden. 2% Niercinamid, 2% Vitamin C. 8%iger Feuchtigkeitskomplex, spendet Feuchtigkeit und sorgt für einen langanhaltenden Glow. Habe ich jetzt schon einige Male benutzt. Spektakulär. Unter dem Make-up als Skincare-Produkt super aufsprühen. Du hast direkten Glow. Es zieht gut ein über dem Make-up, ihr süßen Mäuse. Wahnsinn. Glow. Sehr, sehr krasser Glow. Unglaublich schönes Set-Finishing-Spray für so einen fast schon Wet-Skin-Effekt. Kannst du dir auch so ein bisschen auf die Haut auftragen. Es hinterlässt wirklich diesen Glow auch auf der Haut. Der bleibt auch da. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist richtig. Es zieht gut ein. Es brennt nicht. Ganz, 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 ganz tolles Produkt. Kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr so einen Toner-Spray mal haben wollt. Das hätte ich mir ja auch gerne in der Textur für diesen Milky Moisturizer, den habe ich jetzt hier nicht stehen, gewünscht. Ganz, ganz toll, dass es das jetzt gibt. Eine Ergänzung zu dieser Reihe. Ich bin großer Fan von der Reihe von Isana, weil sie einfach sehr günstig und sehr effektiv für das Geld auf jeden Fall ist. Drei Produkte, die ich auch schon im Gesicht habe, wo ich euch gerne nochmal hier so einen kleinen Einblender mache. Dazu kommt aber ein eigenes Video, sind diese drei Baby-God-Minis von Essence. Wir haben hier einmal den Jelly Grip Under Eye Primer Stick. Soll dafür sorgen, dass Concealer so ein bisschen besser unter den Augen hält. Und Feuchtigkeit spendet. Hat mir sehr gut gefallen. Hat sich nicht abgelöst. Ganz, 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 ganz spannend. War ich sehr skeptisch. Ist nicht parfümiert. Hat wirklich diesen kühlenden Effekt. Ohne Menthol. Ich habe keinen Menthol hier drin gefunden. Ist einfach sehr angenehm unter den Augen gewesen. Muss ich sagen. Auf der anderen Seite haben wir hier den Baby-God-Blush für die Lippen und für die Wangen. Auf den Wangen ist er mir persönlich ein bisschen zu dunkel und nicht intensiv genug pigmentiert, dass man ihn gleichmäßig auftragen kann. Funktioniert bei meiner Hautfarbe aber sehr gut. Ich glaube, der ist eher gemacht als Blush für dunklere Haut. Auf den Lippen mit einem dunklen Lip Liner in Kombination. Wahnsinnig schöne Lippenkombination. Für den Herbst. Hält sehr, 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 sehr gut. Ohne, dass er die Lippen einfärbt. Ein schönes Gefühl ohne dieses klebrige Lippenstiftgefühl. Also, wenn ihr eher ein mattes Finish bevorzugt, aber nicht dieses matte Gefühl haben wollt, könnte das vielleicht ganz gut für eure Lippen sein. Und zu guter Letzt der Baby-God-Holo-Glow. Das ist ein Highlighter-Stick. Ist spannende Farbe, muss ich sagen. Vorne ist er lila. An der Seite ist er gold. Auf den Wangen ist er für meine Hautfarbe zu dunkel. Aber ich habe ihn heute auf den Augen drauf für so einen hohle Effekt. Und das gefällt mir Tatsache wirklich sehr, sehr gut. Ist mal was ganz anderes. Fühlt sich sehr gut an. Ist natürlich eine gelige Textur. Und dann muss man mal schauen, wie man den irgendwie fixiert kriegt. Oder ob man dann einfach ab und zu nochmal so ein bisschen rüber geht. Gefällt mir auf den Augen einfach ganz, 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 ganz besonders gut. Gut, ich würde vorsichtig sein ein bisschen mit dem Gesicht, wenn ihr eine hellere Haut habt. Weil er dann einfach von der Seite her, da sieht man es immer so ein bisschen. Da wirkt, da, da, da wird er dann so ein bisschen, ein bisschen bronzy. Und kann dann ganz schnell komisch aussehen, wenn du auf einmal hier oben so einen dunkelbraunen Streifen hast. Wir haben auch noch zwei Masken. Und Schäbens und ich, ne, ich bin ja ein großer Fan geworden. Hier bin ich sehr gespannt. Weil auch hier Avocado ist ja wieder sehr, sehr fettig. Muss ich aber mal ausprobieren. Wir haben hier Avocado-Öl, Avocado-Extrakt, Avocadien, was auch immer das ist. Und Hyaluronsäuren. Was ist Avocadien? Ja, steht jetzt hier nicht drin. Ist irgendein Inhaltsstoff wahrscheinlich. Ja, sind zwei einzelne Sachets. Werde ich die Tage jetzt mal ausprobieren. Fand ich ganz spannend. Ist vegan für trockene Haut. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen schauen, wann ich die Produkte benutze. Wenn ich eine sehr gesättigte Haut habe, glaube ich, werde ich das nicht brauchen. Vielleicht jetzt, wenn ich, wenn es jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen wärmer wird. Im Moment sieht es ja aus wie Herbst. Lass mal mal gucken, wie sich das dann auf meiner Haut verträgt. Und, da habe ich noch nie gesehen, von The Beauty Mask Company, so kleine Bubbelze. Fand ich ganz süß. Vitamin C Sofort-Glow-Creme-Maske. Kann man hier aufmachen. Habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie ein Kind im Süßigkeitenladen mit so einer Münze in den Automaten. Dann so drehen. Fand ich ganz süß. Wäre eigentlich auch eine gute Idee für die Straßen. Maske gleichmäßig auftragen, Augenpartie und Mund aussparen. Enthält Vitamin A. Berücksichtigen Sie Ihre tägliche Aufnahme vor der Anwendung? Was ist das denn? Was soll ich denn da beachten? Also, Vitamin A ist ja ein Retinoid, ne? Ich esse es ja nicht. Berücksichtigen Sie Ihre tägliche Aufnahme vor der Anwendung von Vitamin A? Ne, das ist ja eine Maske. Die mache ich ja nicht vor meinem Retinol-Serum. Also nach meinem Retinol-Serum drauf, oder? Okay. Vielleicht habt ihr ja davon eine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Einige Tops, einige Flops muss man ein bisschen aufpassen. Gerade bei dieser Erdnuss-Butter-Creme war ich ein bisschen vorsichtig. Ansonsten gefühlt mir das Make-up ganz gut. Fühlt sich gut an der Haut an. Hierüber freue ich mich. Tatsache sehr einfach, weil es ein bisschen günstiger ist und nicht ganz so krass intensiv riecht. Steht sogar drauf. Gute Basis für ein Glow-Make-up. Schaut euch das gerne mal an. Vielleicht habt ihr ja noch das ein oder andere Produkt gefunden. Denkt bitte an die Abstimmung. An einen Daumen nach oben. Und einen süßen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.